Wie kann man sich in die Lage einer Werbeagentur versetzen und hat die Aufgabe, eine Nachricht zu entwerfen und diese möglichst weit zu verbreiten. Es steht ein bestimmtes Budget zur Verfügung und der Besucher oder die Besucherin kann dieses Budget aufteilen, einmal investieren in die Qualität der Nachricht und einmal in verschiedene Vertriebswege. Hier ist eine Simulation dargestellt, bei der nun der Nutzer die Auswahl hat, eine Nachricht über Online-Medien, Offline-Medien oder über Medien, wie sie vor 150 Jahren verwendet wurden, zu verbreiten. Wählen wir hier mal die Online-Medien und wenn ich jetzt diese Simulation starte, dann sehe ich hier oben verschiedene Regionen eines Netzwerks. Das kann jetzt meinetwegen die gesamte Facebook-Nutzer-Gemeinschaft sein oder Regionen in Deutschland, also Regionen mit verschiedenen Konsumenten. Und die Schattierung zeigt mir, wie stark sozusagen die Verbreitung in diesen Regionen ist. Und hier links sehe ich den Ausschnitt, das Netzwerk in einer Region und sehe, wie die Nachrichten sich verbreiten.